die alle Leute und herzlich willkommen zurück nach langer Zeit zu einer Runde Monom Warfare 2 wenn sie fragt wieso MB2 diesmal ich hab mal wieder voll Bock auf MB2 und ja ich weiß ich werde mich wieder aufregen über die ganzen scheiß Hacker und YouTuber und die äh weiß ich nicht das war ne Waffe die hat mir letztens sehr gut gefallen fuck you bitch ach fick dich doch ich muss mit so'n scheiß Ding spielen da kommt doch jetzt was erstmal rotzen cool in Deckung gehen erstmal rotzen cool in Deckung gehen die 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 Oh Alter Seh nix Seh nix Hier sieht mich keiner, hier sieht mich keiner, hier sieht mich keiner Verbündete Harrier kommt Wir sind in Führung Diesmal nicht, mein Freund Ah fuck you Hey, ich muss mit Rotpunkt spielen Ach fick dich doch mit deinen scheißverfickten Dingen da, Mann Ey Ey Oh, dabei spiel ich nicht mehr schlecht gerade Rutsch doch mal, du Wichser, Mann Ich bin inkompetent, ich rutsch nicht, ich lass dich killen Not with me, bitch Achtung, feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet Konterdrohne in der Luft, die sind blind Aufklärungsdrohne bereit Aufklärungsdrohne online Tja Was ist denn hier der Schrott zum Mongo? Ich hab Angst Ich hab Angst Erstmal ganz Krieg's mich nicht, krieg's mich nicht, krieg's mich nicht, krieg's mich nicht, du dumme Sau Ich weiß, dass da einer reinkommt Ich weiß, dass da jetzt einer reinkommt Wir haben die Führung verloren Ziel erledigt Feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet Oh Mann Wieso Hitmarke ich nicht? Eigentlich immer nur alles Ja komm, weißt du, du bist doch ein Mongo, weißt du, ich wollte da grad weggehen Achtung, feindliche Vorrede So ein Hurensohn Du miese Wichsgeburt, ey Verbündete Predator-Arkete im Anflug Wichs da, du scheiß Wichsvier Verbündete Cobra Da war doch jetzt einer, oder? Geh weg Sag doch Oh! Das ist natürlich nice, dass wir jetzt sowas haben Umso weniger muss ich mir Gedanken machen Aufklärungsdrohne in der Luft, die sind blind Aufklärungsdrohne in Bereitschaft, wiederhole Aufklärungsdrohne online Der Sieg ist vom Galten ab! F*** dich Like a Camper-Style Und wie viel kriegen wir denn? 13,7 Das geht schon etwas Mal Zeit Ungleich befördert worden, Junge Bam 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 Bum Bam Bam Bum Ich würde sagen, dass Das war's und wir sind uns das Nächste Mal wieder bei Modern Warfare 2 Bis dahin Ciao!